Wo bist du denn jetzt schon wieder? Jan, du haust immer ab einfach. Klim, also Klim, das geht so nicht. Ja, hallo. Hier, geh doch mal jetzt. Hallo, du helfst uns, ich war der Einstler. Mit Jan. Wollt. Bisschen schnell angefangen. Mit Jan. Hallo. Ja, Magic Library und so. Guck mal, ich habe hier so eine Schallplatte gefunden. Ich packe die mal hier rein. Very nice. Hey, hier ist auch noch eine Truhe. Na, das ist meins, alles meins. Meine Schallplatte. Das ist richtig, ich nehme die mit, auf jeden Fall, wenn wir gute Mücke hören wollen. Ist hier vielleicht auch noch was? Nö. Gut, ich packe das jetzt in jedes Ding rein, was ich finde. Auf jeden Fall. Ich mache mal hier den Schalter, okay? Ist hinter dem Bild, was? Nö, aber ich habe ein Bild abgemacht. Ich packe das wieder dran. Warte, ich mache hier. Oh, hast du es gehört? Hast du es gehört? Ich habe es gehört. Ja. Was? Weißt du das jetzt? Warte mal, warte mal. Ah, geil. Guck mal hier. Hier. Ja. Wo? Hier, hier. Oha. Ah, das war das? Wir kommen in die nächste Etage. Und in die danach. Und in die... Okay, danach gibt es keine mehr. Auf jeden Fall... Oh, hier ist auf jeden Fall so ein Treppensymbol. Wo? Ah ja. Und hier können wir irgendwie nichts machen. Gut, dann gehe ich wieder runter. Tschö. Ja, aber es muss doch einen Sinn gehabt haben. Ja, hier. Wir kommen in die zweite Etage. Aha. Es gibt drei Etagen. Und hier kommen wir dann in die zweite. So. So. Oh, hier ist auf jeden Fall schon mal so ein... Guck. Hier habe ich vorhin die Tür gehört. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann müssen wir die jetzt nicht aufmachen. Ja, auf jeden Fall. So, da ist Wasser. Da ist Wasser. Ich arbeite immer vorausdenkend, weißt du. Ja, gehen wir erst mal rechts rum, ne? Ich loote mal hier zuerst mal das ganze Zeug, was hier... Oh, yo. Bücher, was ist denn? Bücher. Jetzt bist du rechts rum, okay. Oh ja, da ist auf jeden Fall ein Secret Buch. Hier auch. So ein bisschen rockig die Musik jetzt, ne? Ja. Gefällt mir. Okay, was gibt es hier noch alles so? Sollten wir nicht eigentlich zusammen rumlaufen oder so? Ja, eigentlich schon. Sonst machen wir immer die doppelte Arbeit, weil dann läufst du irgendwo rum. Oh ja, hier ist auf jeden Fall ein Secret. Nimm auf jeden Fall alle Bücher mit, ne? Die du findest. Ja, na klar. Guck mal hier. Oh, hier ist ein... Oh, shit. Ich habe den Kopf angesch... Ich mache den wieder rein. Das ist immer so, weißt du, wenn du... Keine Ahnung. Egal. Oh, shit. Ich habe den Kopf aufgemacht. Den Kopf abgemacht. Entschuldigung, Formel. Ich habe den Kopf abgemacht. Da gibt es auf jeden Fall geile Aussicht hier. Guck mal hier. Geile Aussicht. Oh, hier ist ein Knopf. Ich habe den... Sinus regelt. Secret Fund. Ja, du hast auf jeden Fall auch das Secret aufgemacht. Genau, hier. Und hier geht's? Hier geht's runter. Los jetzt. Ey, ey, ey. Ah. Wow. Meins, 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 meins. Ach, das war das, was wir letztens gesehen hatten hier, ne? Genau, hier unten. Okay, auf jeden Fall cooles Secret, das du da entdeckt hast. Ja. Ich gebe mein Bestes hier. Waren wir hier schon? Keine Ahnung, also ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen. Die Map ist echt kompliziert. Ah, hier ist auf jeden Fall ein Buch. Aha. Ja, hier ist auf jeden Fall sehr meppig. Nee, du laberst. Du, was, du laberst schon wieder, ja? Was laberst? Mal oft. Okay, hier ist auf jeden Fall Zeug. Hm, Mensch. Holz. Aber sonst ist hier nichts, glaube ich, ne? Gucken wir nach oben. Hier ist noch ein Buch. Nee, nichts mehr drin. Das hast du gerade eben aufgemacht, Alter. Aber ist okay. Kurzzeitgedecknis. Ja. Okay, hier haben wir alles. Gut, gehen wir weiter. Boah, das leckt aber jetzt ab und zu. Hammerhaft. Was ist da los? Ätzend. Ätzend, ätzend. Bücher haben wir nicht. Ja, wieder verschlossen. Okay. 18 Frames. Ich glaube, es hat was. Hab ich denn alles offen? Ihr habt doch nichts offen, ey. Wie lange liegt es an der Supermusik, die hier läuft. Boom, boom, boom. Ey, geil. Ich habe übelst die Sachen aufgemacht. World safe, complete. Das ist auf jeden Fall nice. Wow, das sieht richtig dunkel hier aus. Ja, ich habe eine Torch. So. Guck mal, wieso ist hier das Holz anders? Wir haben uns auf jeden Fall gemerkt, welche Zahlen das hatte, ne? History. Ja, okay. Wir brauchen Taschenlampen. Äh, Torchless. Ähm, nee, ich sehe es eigentlich ganz gut, aber. Nee, ich sehe gar nichts, Alter. Okay. Oh, guck mal, leider. Tschö. Oh, jetzt ein. Noll. Ciao. Wow, secret, geil. Echt? Ich gehe raus, tschö. Nee, da sind wir ja wieder unten. Ja, ja, warte mal. Hier war eine Nummer. Warte, ich sage dir jetzt gleich mal noch mal eine Nummer. Ich weiß nicht, ob dir was damit zu tun hat. Ähm. Jetzt habe ich mich echt so richtig verlaufen. 1692. Also warte, ich gehe nochmal in die Bibliothek. 1692, 1692. Kann man hier hochgehen. Da haben wir auch den einen Weg freigeschaltet, da gehen wir noch rein. Nee, das bringt mir, glaube ich, gar nichts. 0 bis 2, aber hier ist ja nichts. Kann ich die Taschenlampen wieder, äh, die Torch? Ich kriege die Torch nicht, ne? Scheiße. Hättest du sie besser leuchten lassen? Ich kann eigentlich mal, ich kann mal eigentlich Slash Get Torches machen, oder? Oder Gift Clim Torches oder so. Ich dachte gerade, wir fliegen hier runter. Okay, was ist hier? Aber auf jeden Fall hier ist, ah, guck hier, ich sehe den Hebel mit dem Buch. Siehst du das? Ja, aber da kommen wir nicht rein. Wir haben auf jeden Fall, oh, hier ist noch ein Buch. Oh, mit Papier. Obsidian Weaponry. Okay, kann man das lesen, du? Äh, ich habe hier auf jeden Fall was freigeschaltet, möchtest du das sehen? Ja. Ja, guck mal jetzt mal hier lang. Ja. Ah, das sind die Archive wieder. Da ist wer hergekommen. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal, äh, kommen sie her, kommen sie ran hier, wenn sie genauso beschissen sind. Hier waren die lang. Hier so. Nee, warte, war das hier? Ja, das war hier. Nee. Ja, genau. Wo war denn das? Hä? Ah, yo. Hier hinten, hier hinten, hier, hier, hier war das doch. Ah, geheime Truhe. Ah. Warst du hier schon? Ah ja, das war's. Was, wo war ich? Wo geheime Truhe. Ich habe dich schon geholt. Easy. Okay. Was geht hier? Also hier war doch eben noch ein Weg nach unten, Alter, ich bin doch nicht blöd. Ah, hier. Ja. Ah, hier. Und hier, das haben wir jetzt geöffnet, so mit den Gitterstäben, das habe ich eben geöffnet. Ah, das war das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, was sicher ein Geheimgang ist. Okay. Oh, yo. Düstere Stimmung. Düstere, müster. Ich gehe erstmal runter. hier ist auf jeden fall pissen ja gut hier kann man ja ich habe das gefühl wir verlaufen sie einfach gnadenlos ja aber ich denke sie haben liest du eigentlich bücher also jetzt im allgemeinen leben oder ja ja ich nur die bücher die mir von der schule vorgeschrieben werden was mich immer meisten anscheinend wenn sie nicht auf deutsch sind ja geht eigentlich ich habe kein problem mit englisch hier oben wo ich würde ich weiß nicht ob ich hier runter soll sieht mir ziemlich stark nach einer falle aus oder wo ok und ich lebe noch okay wir sind hier auf jeden fall im untergrundtunnel komm rein jetzt also ich auch kommen ja es wird sich ok ok hier ist ein labyrinth richtiges labyrinth also wie hier jemals wieder herausfinden ich glaube wir haben so ab und ich kann nicht mehr sprechen wir haben uns hier richtig in die scheiß reingeritten eigentlich ist es ja sauberes wasser ok hallo bisschen nach pisse stinkt es aber schon muss ich zugeben hallo ist hier jemand wer ist dieter all das erfahrt ihr in der nächsten folge von let's stizzle together was ist hier vielleicht kommt und hier die annett es ist so dunkel ich sehe nichts einfach und die mucke weiß was ich jetzt mal mache ich mache jetzt einfach mal hier gif klümmen tortsch geht das 60 so ja easy aber das ist ja scheiße wenn man nichts sieht und die musik passt so richtig zur stimmung hier gerade also echt ja ich finde die musik ist allgemein ziemlich cool ne lp radio de einfach mal in der beschreibung songliste easy könnt ihr auch für eure let's play nutzen so genau könnt ihr auch könnt ihr auch verwenden ziemlich cool ja kostenlos auf jeden fall kostenlos die gema macht da keinen scheiß mit ne ist alles creative common easy also echt so jetzt kann man hier auch was sehen jetzt kann ich auch hier lang ok ah ja hier ist auf jeden fall schon meine redstone torch sollte wahrscheinlich gruselige atmosphäre vermitteln ist auch in ordnung aber wenn man nichts mehr sieht ist auch blöd gerade hier für youtube ist nicht so geil ich gehe mal rechts lang aha ich habe den ausgang gefunden ja du gehst nach oben ich gehe auch mal um wo sind wir denn hier gelandet ein bett obsidian gönn dir auf jeden fall die tool hier ist ein buch my last note ja willst du vorlesen oder soll ich vorlesen ich glaube eher du deine englische skills sind ein bisschen besser als meine also ich verstehe aber meine aussprache ist jetzt nicht so professionell also you know that life is in dealing you a good hand when you have to live in the sewer system also dein leben ist du weißt dass es nicht geil ist wenn du in der kanalisation lebst genau this cave where when my great 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 grandfather set out to build this library he probably show you probably should have filled it with stone that would have helped keep the walls foundations most truly over the years but what can i say he was the kind of person that loved having secrets who would have guessed that one of his secrets will become my tomb signed marvin also der marvin der marvins groß 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 hat hat wohl die die wie ich rei gebaut und mochte geheimnisse offensichtlich danke marvins großvater und ich gehe jetzt hier lang Ja, genau, hier wollte ich auch lang. Nee, ich gehe zuerst. Nee, nee, nee. So, jetzt bin ich hier. Der Marvin war schon ein toller Typ. Jetzt muss ich gleich hier loswerden. Das war auf jeden Fall eine coole Sau. Ich habe oft Partys mit dem gefeiert, so richtig deftig. Ja. Also es sieht hier auf jeden Fall cool aus, aber bringt uns jetzt irgendwie auch nicht weiter, ne, eigentlich? Nee, ich habe gedacht, vielleicht gibt es hier irgendwo einen Geheimschalter, aber... Ein Secret oder so, ne? Ein Secret, genau, ein Top-Secret. Jetzt ist ja alles hier so mit den Spinnenweben, das... Alter, geh da raus! Mann! Tschüss! Tschö, tschö. Ich laufe alleine rum. Ja, so viel Secret war hier jetzt ja nicht, ne? Hier ist ein bisschen Baum, aber... Außer ein gutes Buch. Von Marvin. Von Marvin. Ja gut, dann können wir ja eigentlich nur noch rausgehen. Ja, die Frage ist, wo gehen wir ja raus? Ich gehe jetzt immer nur noch links. Irgendwann komme ich schon zum Ausgang. Jetzt ehren wir hier so 20 Folgen oder so hier in der Kanalisation. Die Frage ist immer noch, wie kommen wir hier raus aus der Kanalisation? Ich gehe jetzt einfach nur noch links. Nee, hier ist nichts. Ich glaube immer noch, die Idee, hier runter zu kommen, war nicht gut. Nee, hier ist auch nichts. Du steckst wieder in mir drin. Oh, das ist ein geiler Song. Ja, finde ich cool. Eben lief auch Portal. Hier, ich glaube hier hinten waren wir noch nicht. Ja, das ist echt ein geiler Song eigentlich, ne? Oh, hier, Redstone. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Hier. Jan, du haust immer ab einfach. Klim. Also Klim, das geht so nicht. Ja, hallo. Hier. Geh doch mal jetzt. Hey. Dann boxt er mich wieder, ey. Also das ist sowas von unverschämt hier. Ich sag mal so, ne? An sich. Oh. Ich packe mal meine Taschenlampe rein. Blub. Torch. Warum sag ich mal Taschenlampe? Der Sinus hat's gefunden. Hier geht's raus. Ja. Mach halt wie der Ego-Wichse wie sonst was. Ich bin einfach der Barster. Oh. Ich weiß. Boah, geil. Übel ist das Secret. Klick. Meins, meins, meins. Alles meins. Ne, ne, ne. Meins, meins. So. Tschüss. Ich hau jetzt ab. Weißt du, jetzt haben wir hier den Dings geöffnet, Mann. Ja, auf jeden Fall. Geile Aktion. Äh, wo war denn das? Hier. Ah ja. Schau mal. Ne, das waren die Archive. Da, da drüben. Okay. Gut, gut. Möchtest, äh, ich lasse Ihnen den Vortritt. Hier ist noch ein Buch. Ah, hab ich schon rausgenommen. Stella! Was? Was hast du jetzt schon wieder für ein Problem? Ein Monster! Wo? Ne, ist ein Witz. Du glaubst mir auf alles, he? Du glaubst mir einfach... Weißt du, ich denke, du gelügst mich nicht, ja? Hier, das war doch die Dings, wo wir ganz am Anfang hoch wollten. Jetzt chill mal, ey. Chill. Alles, was ich sage, ist scheinbar. Oh, guck mal, Creeperkopf. Kannst du im Fall drehen. Welche, was kann ich drehen? Au, hier ist ein Schalter. Oh, guck mal, Creeperkopf. Oh, Creeper. Oh, das war jetzt das heftigste Mysterium überhaupt hier. Ja, das war auch unglaublich schwer zu finden, einfach mal. Ich hab übelst lange gemacht. Aber es sieht derbe geil aus, wenn man hier rausguckt, so. Oh, guck mal, da hinten. War das auch noch was Weißes? Pette Party. Da haben wir, glaub ich... Ne. Oh, guck mal, dort ist ein Loch. Wo? Dort, das Aus... Ich mein, wir könnten ja einfach das Glas zerbrechen und rausgehen, aber unser Charakter ist ja die übelste Pussy, deswegen können wir das auch wieder nicht machen. Ja, wir sind Fairplayer. So, wir... Fairplayer. Ach, wir sind hier grad hochgekommen, ne? Ja, gut, dann können wir ja mal hier runtergucken. Hallo. Ne, ist hier lighter room, den kann man nicht aufmachen, ne? Ah, aber hier kann man rüberspringen, guck. Mit ein bisschen Skills kannst du's schaffen. Easy. Ja, guck mal, die Clemskills. Ja, war jetzt nicht so schwer, nur Crystal Mistel. Ah, und ein Buch. Ah, vielleicht schafft man's sogar hier ganz rüber. Nein! Ja, du bist einfach... Du hast einfach kein Skill, einfach. Oh. Ja, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Alter, wo sind wir jetzt wieder gelandet? Ganz unten. Nein. Scheiße, wir kommen jetzt... Ah ja, hier lang. Ah ja. Ah, ich versuch's nochmal. Ist doch nicht so schlimm gewesen. Nee, geht. Wir müssen nur durch die Gegend laufen. Was? Ja, ja. Ich booste dich im Sprung, wenn du rüber sprichst. Du kannst mich ja schlagen dann. Ja, genau. Ja, nice. Oh, hier ist ein... Brauchst du nicht rüberkommen, hier ist nur ein Schalter. Pff, ich hätte es sowieso wieder nicht geschafft. Ja, hier. Guck mal hier. Ah. Und hier lang. Cool. Alles klar, hier kommen wir hoch. Alles klar, jetzt kommen wir sogar in den dritten Stoff. Oh, hier ist ein Bodenschalter. Ich mach mal. Ja, sonst war hier nichts. Tschö. Hast du das Schild schon mal irgendwo gesehen? Nee, ich nicht. Aber wir haben es schon mal offen. Also wenn wir da kommen, wissen wir, wem wir was zu verdanken haben. Mir. Nicht dir. Aha, nicht. Okay. Du schaffst nämlich gar nichts einfach. Ah, okay. Ja, stimmt. Ich bin hier eigentlich nur optische Dekoration. Du bist der unfähigste Mensch, den ich kenne. Oh, komm mal hier. Oh, hier, ich hab's gefunden. Komm. Geil. Ich hab's aufgemacht. Ich hab's aufgemacht. Warte mal kurz. Oh, ich hab hier wieder. Jetzt kannst du wieder vorlesen hier. Jetzt ist wieder ein Buch drin. Easy. Äh. Oh, guck mal hier ist auch noch eine Türe. Jetzt mach nicht alles auf. Das heißt, wenn ich mir das jetzt nehme. Ich hab dir nochmal eins gegeben. Ja, tut sich aber nix hier. Also eigentlich ist das hier ziemlich unfähig, dieses Spiel. So, gucken wir uns das nochmal an. More Monsters. Ich lese mal kurz durch. Also es sind mehr Monsters in die Bücherei gekommen. Sieht so aus, als würden die durch das Dach des Archivs hier fallen. Okay. Ähm. Irgendwas ist im Süden und währenddessen habe ich mir ein paar geheime Dokumente aus diesem grünen Archiv hier, äh, geholt, um die Tür dazu zu machen. Okay. Äh, weil es steht ja daran, dass es so ist. Und hoffentlich hält das die Monster fern. Und das, äh, okay. Die grüne Archiv ist now, äh, Archiv ist now locked off if I return the three Dokumente I took the Iron Return Hopper. Something about Weaponary, Herobrine and Justice. Okay. Okay. I've stashed them on the second floor for now. Okay, okay. Okay. Alles klar, guck mal hier. Siehst du den Zettel? Hier, nimm dir den mal. Okay. Das Teil, noch ein Teil, äh, das, wie heißt, warte, irgendwas mit Herobrine und, ähm, also das Teil, irgendwas mit Herobrine und, wo ist denn das dritte? Äh, und Juice. Okay. Und irgendwas mit Saft. Müssen wir irgendwie hierhin zurückbringen, damit sich das System öffnet und wir da reinkommen. Okay, das sieht ziemlich speziell aus. Das ist wahrscheinlich ziemlich speziell. Hast du es gesehen, ja, mit dem grünen Glas? Mit grünen Archiv. Grün. So, irgendwie müssen wir dann da rein. Ja, ich denke mal, wenn wir einfach dagegen laufen, dann geht die nicht auf, oder? Nein, hier irgendwo müssen Iron Hoppers sein, wo wir dann Sachen reintun können. Frag dich nur, wo. Und wir müssen natürlich erstmal die drei Dokumente finden. Ja, guck mal, hier können wir raus. Ne, können wir nicht. Ja. Ja, du machst mir schon Hoffnung, Alter. So. Ah, warte mal, schau mal hier. Ja. Da ist, äh, diese eine Seite angezeigt. Da sind die Hoppers. Alles klar. Also, wir kriegen die Türen auf jeden Fall auf, wenn wir da an den Hopper rankommen. Vielleicht gibt's da irgendeine... Hier, guck, hier hat sie auch noch angegangen. Müssten wir ja dann gucken. Auf jeden Fall, glaube ich, wir müssen hier wieder raus und weitersuchen. Äh, hier ist auf jeden Fall... Okay, also schon. Okay, das wird alles ein bisschen kompliziert jetzt. Hier ist auch nochmal... Ich geh mal hier runter, ja. Haben wir ja freigeschaltet, ja. Wo kommen wir denn hier hin? Ah, ne, 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 ne. Okay. Okay, äh... Okay, jetzt ist alles... Ich bin komplett durcheinander jetzt. Wo gehen wir jetzt lang? Hier. Alles, erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn ich wieder heiße... Nee. Ich wollte mal sagen, wir haben noch ein paar Minuten. Nee. Ein paar Minuten haben wir noch, ne. Okay. Also, wir müssen ins grüne Archiv, möchte ich da jetzt einfach rein, so. Warte, nee. Wir sind hier im dritten Floor, ne? Die Dokumente sind alle im zweiten Floor, hat er geschrieben. Hast du, hast du Zettel in deiner Tasche? Ja, einen. Ja, meinen. Sonst noch einen? Nee. Okay, da müssen wir suchen. Wir brauchen auf jeden Fall... Hä? Wir müssen suchen. Ja, wow. Boah, du kriegst gleich einen Preis von mir einfach, ne? Ja, ich weiß. Ich bin einfach saumäßig gut, alter. Ja, du hast auf jeden Fall... Oh, World Safe, das war schön. Stuff Only. Oh. Übelstes Potenzial. 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 Potenzial auf jeden Fall. Vor allem mit den Deutschkenntnissen und so. Hier, Alter, hier würde ich mich jetzt aber mal richtig umgucken, hier. So mit Taschenlampen. Wo? Ja, hier, wo ich jetzt gerade drin gegangen bin. Da, wo dunkel war. Ah, da, wo dunkel war. Ja, was ich jetzt ja gerade aufleuchte. Aber hier scheint auch nichts zu sein, oder? Großartig. Nee, ich hab vorhin schon ein bisschen geguckt, weil ich hab ja die Helligkeit ein bisschen... ...hörgestellt. Ja, auf jeden Fall. History. History. Ja, genau. Vielleicht ist hier irgendwo ein Blatt... History. Hab ich da jetzt alles geguckt? Nee. Oh, jo. Und? Nö. Du? Nö. Ja, schön. Auf jeden Fall sind wir voll die Bücherwärmer. Ja, ich hab alles gelesen, Mama. Alles klar. Komm, lass mal wieder rausgehen. Was ist das für ein Schalter? Ich würde es euch so sagen. Ich glaube, wir beenden hier die Folge. Würdest du das durchaus sagen? Ja, ich würde das jetzt so einfach mal locker aus dem Hut behaupten. Ähm. Ja, dann schlag ich dich jetzt und dring ganz schnell weg, okay? Ja, mach das. Iiii. Hey. Also. Das darfst du nicht. Nee, also jetzt. Ich will ja weiter gucken. Ich chill mich auf meine Couch hier, warte. Wo ist die Couch? Hier hinten. Oder so. Ja, aber Titi kennt sich mega aus. Nee, komm mit jetzt. Warte, ich esse noch mein Brot. No, 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 no. Ah, jetzt. Ah, hier. Ja, sag ich ja, da die Couch mein ich da auch. Hey, yo, super Aussicht. Alles klar, wir sitzen in Solange und ich würde sagen, es geht dann beim nächsten Mal weiter, wenn wir machen das Glatz Adventure Together mit Jan. Ja, Matt Clem bei mir. Haut da rein. Danke fürs Zugucken. Ja, schau ja auch. Schau. Ja, schau ja auch. 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 Ja, schau ja auch.